Unterrauschen versteht die Physik allgemein eine Störgröße mit breitem unspezifischem Frequenzspektrum. Es kann daher als eine Überlagerung vieler harmonischer Schwingungen oder Wellen mit unterschiedlicher Amplitude und Frequenz bzw. Wellenlänge interpretiert werden. Bei der Übertragung von Nachrichtensignalen ist das Rauschen meistens die größte Störquelle. Die Rauschquellen treten dabei im gesamten Übertragungssystem, also im Sender, im Empfänger und auf dem Übertragungsweg auf. Man unterscheidet dabei zwischen der durch äußere und innere Rauschquellen erzeugten Rauschleistung. Die Qualität der Signale wird in der Nachrichtentechnik mit dem sogenannten Signal-Rausch-Verhältnis angegeben. Forschungsgeschichte und physikalische Ursachen Rauschen wurde als physikalisches Phänomen, nämlich als messbare unregelmäßige Stromschwankungen erstmals 1918 durch Walter Schottky beschrieben. 541 Macht man diese Stromschwankungen nach Verstärkung über einen Lautsprecher hörbar, so erklingt ein typisches Geräusch, das dem Phänomen auch den Namen gab. Inzwischen wird der Begriff Rauschen entsprechend oben stehender Definition sehr viel allgemeiner verwendet. Zu den Pionieren der experimentellen und theoretischen Untersuchung physikalischer Rauschprozesse gehören neben anderen John Bertrand Johnson, der zehn Jahre nach Schottkys Entdeckung das thermische Rauschen experimentell verifizierte, und nachdem in der angelsächsischen Literatur das thermische Rauschen als Johnson-Rauschen benannt wird, und Harry Newquist, der ebenfalls zehn Jahre nach Schottkys erster Veröffentlichung eine Modellvorstellung der spektralen Leistungsdichte des thermischen Rauschens entwickelte. In Schottkys Veröffentlichung von 1918 wird auch eine andere wichtige physikalische Rauschursache beschrieben, das Schrotrauschen. 1925 findet J.B. Johnson bei einer Überprüfung von Schottkys Veröffentlichung das Funkelrauschen. Seither ist eine Vielzahl anderer physikalischer Rauschphänomene entdeckt worden. Stellvertretend seien hier das Generationsrekombinationsrauschen in Halbleitern und das kosmische Hintergrundrauschen genannt. Letzteres wird von radioastronomischen Empfangseinrichtungen auch aus solchen Himmelsrichtungen empfangen, an denen sich keine bekannten kosmischen Objekte befinden, es befindet sich also überall und kommt aus allen Richtungen. Nach heutigen Modellvorstellungen ist dieses Rauschen ein Überbleibsel des kosmischen Urknalls. Aus der Sicht des Radioastronomen kann Rauschen somit nicht nur als Störgröße wirken, sondern auch zum Beispiel als Hintergrundstrahlung eine Nutzgröße sein. Beim Rauschdermometer wird ebenfalls Rauschen als Nutzgröße ausgewertet. Viele physikalische Rauschphänomene sind auch heute noch Gegenstand intensiver Untersuchungen. Die Ursachen von Funkel oder 1-F-Rauschen lassen sich klassisch nicht erklären. Quantentheoretisch ist eine einheitliche Darstellung möglich. Schrothrauschen oder Poison-Schiss-Schrothrauschen entsteht dadurch, dass einzelne Ladungsträger, deren Energie statistisch verteilt ist, eine Potenzialbarriere überqueren spektrale Leistungsdichte. Außer nach physikalischen Ursachen klassifiziert man Rauschen auch nach den Parametern der stochastischen Prozesse. Oder nach messtechnisch erfassbaren Größen, die das Rauschen beschreiben. Zu letzteren gehört beispielsweise die spektrale Leistungsdichte, das ist die Leistung pro Bandbreite. Sie ist im Allgemeinen von der Frequenz abhängig. Die spektrale Leistungsdichte im weiteren Sinne oder die mathematische spektrale Leistungsdichte wird als Fourier-Transformierte der Autokorrelationsfunktion eines stationären Zufallsprozesses gewonnen. Die spektrale Leistungsdichte im engeren Sinne oder die physikalische spektrale Leistungsdichte wird als Fourier-Transformierte der Kreuzkorrelationsfunktion zweier Zufallsprozesse gewonnen. Dabei muss die Kreuzkorrelationsfunktion beim Argument 0 eine physikalisch sinnvolle Leistung sein. Rauschprozesse mit konstanter spektraler Rauschleistungsdichte Rauschleistungsdichte im weiteren Sinne nennt man weißes Rauschen in Analogie zum weißen Licht, das alle Spektren des sichtbaren Lichtes mit gleicher Leistung umfasst. In der Realität können Rauschprozesse mit konstanter spektraler Rauschleistungsdichte nicht existieren, da sie eine unendlich große Leistung transportieren müssten. Allerdings gibt es physikalische Rauschprozesse, deren spektrale Rauschleistungsdichte auch im engeren Sinne in einem bestimmten mehr oder weniger großen Frequenzband praktisch konstant sind. Der Einfachheit halber bezeichnet man diese Prozesse dann auch als weiß. Dazu gehört beispielsweise das thermische Rauschen und das Schrotstromrauschen. Häufig kommt dieses quasi-weiße Rauschen dadurch zustande, dass von einem Gausschen Rauschen, also einem Rauschen, bei dem die Amplituden der einzelnen Frequenzen Gauss verteilt sind, nur ein Ausschnitt betrachtet wird oder relevant ist, in dem die Amplituden praktisch als konstant angesehen werden können, weißes Rauschen ist nicht selbsthähnlich. Einen Rauschprozess mit einer spektralen Leistungsdichte, die in einem für die Praxis relevanten Frequenzbereich deutlich von einem konstanten Wert abweicht, nennt man farbiges Rauschen. Im Gegensatz zu weißem Rauschen gibt es allerdings keine allgemein als verbindlich anerkannte Definition für verschiedene Typen farbiger Rauschleistungsspektren. So findet man beispielsweise die Bezeichnung Rosarauschen sowohl für Rauschen mit einer spektralen Rauschleistungsdichte, die umgekehrt proportional zur Frequenz abfällt, als auch für Rauschprozesse mit einer spektralen Rauschleistungsdichte, die umgekehrt proportional zum Quadrat der Frequenz abfällt. Um dieser Mehrdeutigkeit zu entgehen, wird in wissenschaftlichen Veröffentlichungen für Prozesse, deren spektrale Rauschleistungsdichte umgekehrt proportional zur Frequenz geht, der Begriff 1f-Rauschen, verwendet. Manchmal wird das 1f²-Rauschen in Unterscheidung zum Rosarauschen als rotes Rauschen bezeichnet. Da die Amplituden im niederfrequenten Bereich höher sind, dies entspräche in einem Lichtspektrum einer Verschiebung der Farbe ins Rote. Einige Quellen sprechen in diesem Zusammenhang auch von braunem Rauschen. Beispiele für äußere Rauschquellen Hintergrundrauschen durch die Entstehung des Weltalls Kosmisches Rauschen, vorwiegend von den Fixsternen des Milchstraßensystems Terrestrisches Rauschen wie atmosphärisches Wärmerauschen, Blitzentladungen, Zündfunken Bürstenfeuer an elektrischen Maschinen und durch Schaltvorgänge Kontaktrauschen an Kontaktstellen zwischen elektrischen Leitern und oder Halbleitern für innere Rauschquellen Wärmerauschen in Leitern Röhrenrauschen in Elektronenröhren Hier spielen das Schrotrauschen, das Stromverteilungsrauschen, das Influenzrauschen, das Ionisationsrauschen, das Sekundärremissionsrauschen, das Isolationsrauschen und das Funkelrauschen eine Rolle F²rauschen bei der Braunschern-Molekularbewegung Barkhausenrauschen durch das Umklappen der Weißbezirke in Ferromagnetika Generationsrekombinationsrauschen in Halbleitern Chrominanzrauschen und Luminanzrauschen bei digitalen Bildern Röhrenrauschen Röhrenrauschen